Sooo Welches Spiel ist da wohl drin? Hier ist X The Puzzle If I'm Real Life Versuch's mal ein bisschen auszumachen Es ist grün Es ist grün und es ist GTA V Geil Oh mein Gott Ich freu mich so dermaß, ich würde das Spiel am liebsten aufreißen Aber ich muss ja aufpassen Hier mein geiles Messer So ein bisschen Bisschen was schöneres Muss ich aber aufpassen Ich glaub nicht Muss ich aber aufpassen, ich bräuchte mir immer so ne Stativkamera kaufen Aber es geht nicht So Schneider Oh ne Schneider's jetzt doch mal auf mit dem Messer Es wird einfach nicht scharf Ich bräuchte den zweiten Mann dafür Aber es geht nicht Es geht einfach nicht Ja auf jeden Fall hier GTA Versucht das gerade noch so Mein Messer wird heute nicht zum Einsatz kommen Es geht nicht auf Ah Scheiße Ich will das es aufgeht Ah meine Nachbarn gucken gerade schon Weil hier gerade übel rumschreien Ich hab gerade eben den Postboten angeschrien Und er so Ich so haben die was für mich Er so Warte ich muss kurz gucken Ja wie warst du mich Und dann hat er Er hat mich so blöd angeguckt Er meinte er Ja ich hab was für mich Er hat mich so Ich hab mich richtig gefreut Dass er was für mich hat Hat er mir jetzt in die Hand gedrückt Ich bin so schnell abgehauen Das könnt ihr euch nicht glauben Wie aufs Spiel Ach Junge Macht das Ding auf jetzt So jetzt aber So da ist es auf Das ist aus seiner Originalverpackung rausgenommen Ich muss mir echt so ein Statist Für mein Handy kaufen Für mein Handy kaufen Ich darf ja nicht sagen was Das für ein Handy ist Ich hab ein A-Phone Also kein Ich hab kein Apple Handy Ich hab ein A-Phone Weil keine Schleiche da oben so Ach Ja Geil Wollte Grand Theft Auto Handbuch Ja Ich zeig's mal ein bisschen an Ah da sieht man schon die Settings Da guck Geil oder? Ich freu mich gerade richtig Das Atomic Luftschiff Oh geil das ist ein DLC Muss grad gucken Da würde ich nicht den Code Das Atomic Luftschiff So sieht das also aus Er erinnert mich ein klein wenig an ein An ein Luftschiff von einer Reifenhersteller Von einem Reifenhersteller Von einem Reifenhersteller Den ich damals noch gesehen hab So Den es auch Den es hier in der Schweiz nicht gibt So Dann nehmen wir hier die Karte Von Los Santos Oh Oh Alter Junge Das sieht so geil aus Bunter Oh Ich Klapp sie gerade mal auf Geil Boah Seht euch mal diese Map an Alter Mein Zimmer ist ein bisschen unaufgeräumt Seht euch mal diese Map an Alter Da oben steht schon Los Santos Blaine County Da unten ist die Stadt Da Junge Oh ich will nicht zacken Okay Okay Wir sehen uns dann im Spiel wieder Und ja Ja Wir sehen uns dann im Spiel wieder Wir machen ein Let's Play draus Aber doch nicht Denn jetzt erstmal das Unboxing Und ja Viel Spaß dabei Tschö So Dann sind wir jetzt also im Spiel drin Ihr habt ja eben gesehen wie das Von außen aussieht Ihr habt ja auch Dem Atomic Luftschiff gesehen und so Zeug Ja also Ich hab den Code noch nicht eingelöst Aber ich hab ihn auch nicht im Video gezeigt Deswegen kann es euch ja relativ egal sein So Fangen wir mal an Aus Alter Sieht die Grafik geil aus sein ich kann schon schießen ich dachte ich kann das noch nicht ich habe der kontakt zünden es ist geiler kontakt ich mag ihn die geile die grafische lange gar nicht sagen dann die ganz langsam alter alles rennen los jetzt los los nein Oh. Was zur Hölle? Alter, quatsch doch nicht so viel. Ach so. Hey, ich drück doch. Was willst du denn? Ja, chill. Ach so. Ah, okay. Hey, jetzt habe ich es begriffen. Boom, Headshot. Alter, voll schwer zu begreifen. Äh, naja. Egal, Junge, der unten liegt, der hat auch eine Kugel im Kopf. Ja, voll ins Auge getroffen. Äh, ih, Mann. Naja. Ab in Deckung, mal gucken. Vorsichtig. Hä, wie geht's? Ah, okay. Ich muss das da oben lesen. Ja, das ist ja immer ganz gut. Boah. Alter, die Grafik ist so geil. Okay, geil raus. Ah, ich kann hier, ich kann die Waffen setzen, geil. Boah, voll in den Sackenballer, ey. Los, knallt ab. Boah. Bam, 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 bam. Du, 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 du. Boah, Junge, BTF. Ich bräuchte jetzt so einen Matrix-Move, oder? Keine Ahnung. Boah, Junge, kleiner, bam. Boah, Alter, rein in den Kopf, ey. Und komme. Boah, Junge, kleiner, bam, bam, bam. Bist du, 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 du. Ja, du. Move, komm기는! The kid mighta'failed! This one's a facebook míster looking. They answered the wrong call. They answered the wrong call. Aica. Bist du, du. Bist du auch. Alter, ich habe ja zu klein. Mal gucken, ob ich seine Schroflinte aufnehmen kann. Ja, jetzt habe ich seine Schroflinte, oder? Geil! Warte. Nein, der hat mich umgebracht. Nein, die ist tot. Das ist jetzt gemein. Er hat mich umgebracht. Habe ich immer noch die Schroflinte? So, jetzt knall ich ihn ab. Oh, voll in den Kopf geballert, ey. Lol, eben war es aber anders, oder nicht? Ey, doch, das war das. Oh, Junge, warum liegst du denn da unten, ey? Alter, chill doch. Betreibst halt. Nein, Junge, schon wieder. Ich bekomme Shotgun in die Fresse und verreckt. Voll gemein. Das ist jetzt wirklich gemein. So, jetzt sollten wir es aber mal schaffen, oder? Ich meine, warum auch nicht? So, jetzt aber. Ist alles live, deswegen, ähm, ja. Boom, klappt. Oh, Junge. Boah, danke, Rockstar, für dieses geile Game. Nein, Junge. Sollte man mehr Deckung nehmen, oder? Bisschen. Wir alle hier rumschreien, alter, Kleiner. Alter. Kopf, ja, bam. Voll in den Kopf, ey. Da hinten ist auch noch einer. Er ist weg. Alter. Sieht diese Schneemap geil aus, ey. Dieses Level hier. Oh, alter, der hat schon Kopfschuss bekommen. Die Gewaltdarstellung ist nix für 13-Jährige. Oder auch nix für, keine Ahnung, 4-Jährige. Okay, 4-Jährige dürfen dieses Spiel schon spielen, das ist ja klar. Nein, Junge. Ich hab doch auf den gezählt, wo der unten lag. Äh, es gibt es nicht. Schon wieder, Bisslerkack. Aber ich will das jetzt auch nicht überspringen. Man kann das mit X überspringen, was der voll Nubi ist ja im Vor. Nee, mach ich nicht. Außer ich schaffe es jetzt. Wenn ich es jetzt nicht schaffe, dann bin ich der Kack-Noob ever. Don't be an Idiot. Oh, Junge, knall ihn ab. Oh, Junge, knall ihn ab. Oh, Junge, knall ihn ab. Oh, Alter. Oh, Alter. Wir werden eh nicht lange spielen. Von daher denke ich, dass, äh, das ist auch nur ein Video zum zeigen, wie der geil das Spiel ist, wie geil der Anfang ist. Und klatschen um. Shit. Also, ich werde daraus schon ein Let's Play machen, ist ja klar. Ach so, Junge, dahinter ist auch noch einer. So, der ist down. Jetzt warte, Pistole wechseln. Boah, voll in den Kopf, äh. Komm, los, Druck, Druck. Wir drucken die jetzt. Boom, boom, boom. Also, wir machen jetzt Druck. Wir drucken die jetzt. Da kommt noch ein Bulle. Beifahrer direkt erschossen. Lauf. Lauf, 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 lauf. Schick, die Bullen kommen, lauf. Ich meine, meine Crew muss doch kommen. Crew, komm. Mach ein bisschen schneller hier. Ja, geht doch. Einsteigen. Fahr, komm, fahr. Wie heißt denn der überhaupt? Man kennt die gar nicht. Man kennt nur M und T. Ich bin T. Der sieht irgendwie, irgendwie cool aus. Fahr, Junge, fahr. Oh, Junge. Der Fahrer wird erst mehr erschossen. Nein, der arme Fahrer. Scheiße, egal. Scheiße, auf ihn. Fahr. Oh, Junge. Oh, wie geil das aussieht, ey. Was ne geile Grafik. Darf ich fahren? Oh, wir müssen den Zug erreichen, komm. Das erinnert mich irgendwie an Black Ops 1, irgendwie, das. Dieses Level hier. Okay, da musste man von anderen Wecken abhauen, aber jetzt. Alter, warum fährt denn da jetzt so ein... Oh, Junge, der Drift war ja mal bester Drift ever. Ich weiß gar nicht, ob man hier driften kann, obwohl man... Ja, genau. Raus hier. Oh, Sniper. Nein, schon wieder ist einer down gegangen. Ah, ne, doch nicht. Ich dachte, er wurde in den Kopf geschossen. Lass ihn liegen, er ist tot. Nein. Nicht schon wieder der Nächste, Alter. Was macht denn ihr, Mann? Ihr könnt doch da nicht rumstehen wie Hühnchen, Alter. Das gibt's ja nicht. Alter, die bullen schon wieder, oder was? Alter, Junge, es sind voll viele. Haben wir irgendwie eine Granate, oder irgendwie sowas? Ja, ich stehe hier. Los, bringt mich um. Ja, komm. Boah, Junge, das Auto ist hochgegangen, ey. Was für eine geile Explosion, ey. Es geht hier direkt ab. Ja, genau, es kommen immer mehr. Ja. Wohin jetzt? Wer ist denn das? Das ist der Sniper? Ne, das ist er nicht. Wie die Frau immer rumkreischt, ey. Das gibt es nicht. Ja, ich hau ab. Guck mal, wie ich rennen kann. Ich kann rennen wie ein Hühnchen auf Koks. Ja, sowas hättet ihr nicht von mir erwartet. Was? Ne, hättet ihr auch nicht. Ich weiß es ganz genau. Ja. You are not always a good citizen. You did not die a hero's death. But he was a man. Our Lord was crucified. Perhaps you did not govern you. You are Lord of the sins and you die. You are Lord of the sins and you are Lord of the sins. You are Lord of the sins and you are Lord of the sins. Aber wir wissen, dass du Gott für unsere Brüder zeigen möchtest. Ich freue mich auch auf jeden Fall dieses Spiel schon zu Let's Playen und so. Das ist auch ein zuerst so, ne Let's Play von mir. Und was für dich? Was für mich? Hey. Ich habe keine Vorteile, wie dieser Kind hat. Von der Zeit, ich war ihm schon in der Brüder zweimal. Ich verabschiede Banken. Ich schraubte Hörer, schraubte Dope. Und du siehst du sie als Erwartungen? Das waren die Möglichkeiten, die ich hatte. At least, ich sie habe. Und wo diese Möglichkeiten dich bekommen, Michael? Sie haben mich direkt hier. Der Ende der Straße. Mit einem großen Haus und einem unendlich Kind. Und ich bin dran mit dir, weil niemand mehr eine Scheiße gibt. Oh, ich bin ein Traum, Baby. Und das Traum ist verabschied. Es ist verabschied. Verabschied. Und du siehst alles. Ich denke, ich habe es gerade gemacht. Oh. Ich denke, das ist alles, was wir haben Zeit für. Die gleiche Zeit, nächste Woche? Ich glaube. Ich muss sagen, ich bin nicht sicher, dass das alles funktioniert für mich. Hm. Ein Gefühl, dass die Überraschung der Fertilität ist eine wichtige Rolle, die im Prozess. Embraten es. Whatever you say, Doc. I don't know. I don't know just how you feel. Man, this shit gotta be around here somewhere. Unless they buried it under the sand, fool. Another brilliant Lamar Davis production. Fuck you. Hey, excuse me, homie. Can you tell me where Roberto Beach House is? No, homie, I cannot. Man, don't you come over. Actually, yeah. That house right there, with the yellow stairs. Yeah, good looking out, homie. Appreciate it. Man, get your stupid ass on. Damn. Why don't you ask him if he knows the fucking owner? Or better yet? Do some skywriting and reads there's a couple niggas here about to boost some cars in case somebody didn't realize. See, what you don't realize is we ain't boosting. This shit is legit business. Legit? Oh, yeah, I forgot, huh? 401Ks, tax returns and all? Yeah, right. You the one all pumped up on doing this lick, nigga. I'm getting my money in the hood. I'm straight, fool. I'm cool. You cool? Cool what? Slanging dope and throwing up gang signs? Yeah, right. Whatever, homie. Yeah, homie, this is the spin-off right here. Your boy, Simeon, what a bullshit. Man, get your ass in here. Bring your ass, fool. Oh, we're trying to boss somebody. Come on. Shit, come on. Oh, ich bin jetzt Gangster. Ich dachte, ich wäre dieser eine Gentleman da, aber nein. Ich bin jetzt so Gangster, so ein richtig... Oh, wie geil die Motoren. Junge, was für geile Autos, alter. Das sieht aus wie eine Corvette, oder? Geil, Junge, Audi R8. Das ist ein Audi R8. Fick dich, das ist ein Audi R8. Ich will den haben, ne? Alter, was für geile Karre. Oh, Junge. Geil, man kann... Geil, wie geil, ne? Nein. Nicht dagegen fahren. Junge, das ist ein Audi, Digga. Das ist ein Audi R8, alter. Oh, wie geil, ey. Fuck you. Aha. Bitch. Oh, Junge, das ist so geil, ey. Ich liebe das Auto. Oh, fick... Nein, Junge. Wow, GTF! Ich kann so gut fahren, ey. Ich bin der Best, ich bin der Best, I'm the Best Driver ever. I can look you up on JB's tow truck, it ain't got clever, but it's a money to be made. So him and Tony can smoke fracking piece? I'm good. Oh, Junge. Oh, Junge, wie geil, ich fahren kann, ey. Oh, ich hab richtig Bock bekommen auf das Spiel, Junge. Alter. Einfach über Rot fahren, ist ja nicht so schlimm. Wir haben Audi, also fresse hier. Boom. Ich mach jetzt mal das Dach drauf. Das hat er gerade erklärt. Jetzt mach ich erst mal das Dach drauf. Und, äh, wir müssen ihm jetzt folgen. Auf jeden Fall sieht das geil aus, damit man jetzt auch das Dach ändern kann. Ja, Junge. Wie geil, ey, Junge. Das ist ein Audi, Junge. Wie geil. Äh, Audi R8 in GTA. Boah. Ah, Junge. Oh, wir müssen jetzt mal die Fahrradfahrer umhauen, die Höhe. Scheiß auf, scheiß auf, ähm, die ganzen Verkehrsschelder und so. Einfach durchfahren hier. Ist ja egal, passiert. Macht mir jeder so. Stopp, Schild. Wo ist denn da einer? Alter. Boom. Oh, Junge. So eine geile Karre, ey. Ja, will ich meine Karre verschrauben. Ich hab keinen Bock mehr auf die Karre. Oh, Junge. Oh, Junge, das Spiel ist so geil, ey. Aber ich darf auch nicht, nicht zu lange, weil ich das ja heute noch abholen will. Hochlandet. Bitch, ja, boom. Ich kann so gut fahren, ey. Und ich bin dabei, gerade meinen Führerschein zu machen. Zack, boom, um die Ecke. Ja, okay, ich setz mich auch nicht in Audi R8, um meinen Führerschein zu machen. Ja, bam, klatsch ihn weg. Bin ich hinter dir? Oh, Junge. Mein Wagen wieder... Oh, Junge, die ganzen Menschen, ey. Oh, das wollte ich gar nicht. Wollte gar nicht die ganzen Menschen umbringen. Umfahren. Yeah, ich hab ne Karre hier. Guck. Guck meine Karre an, hier. Guck meine schöne, glänzende Karre. Ich hab hier... Oh, Junge. So viel zu schön und glänzend. Oh, Junge. Fuck. Oh, ist ja richtig schön und glänzend. Das kann man für neu verkaufen. Ja, ich hab keine Sch... Ja, meine Scheinwerke funktioniert trotzdem noch. Ja, ja. Ja, ja. Alle hupen sie, nur weil ich hier so geil rumfahre mit meiner geilen Karre. Guck mal. Oh, wow. Fahren wir durch. Ja, ich hab gewonnen. Oh, das wollte ich gar nicht wegklicken. Oh, das tut mir jetzt leid. Naja. Okay, damit beenden wir jetzt den Part. Ich denke, er hat euch gefallen. Also, ich hoffe, dass er euch gefallen hat. Und, ähm... Ja. Wir sehen uns dann im nächsten Part. Das war's.